Wir kommen zur Hundevermittlung für Februar und März. Bereits zum dritten Mal präsentieren wir euch bei winterlicher Atmosphäre einige Hunde, die bei uns im Tierheim zur Vermittlung bereitstehen. Wir wollen auch gleich anfangen, weil die Luna ist ein bisschen unruhig. Luna ist ein Doggen-Labrador-Mix, wurde im September 2006 geboren und ist seit Januar wegen Allergie und Überforderung des Halters bei uns im Tierheim. Und weitere Informationen kommen wie immer von meiner urlaubsreifen Kollegin Silke. Ja, warum Überforderung? Du siehst es ja selber auch, sie ist eine wirkliche Dampframme. Also sie hat in ihrem Leben noch keinerlei Erziehung genossen, also sie ist wirklich null erzogen. Sie ist zwar ausgesprochen liebenswert und wirklich anhänglich und lieb zu Menschen, aber sie geht wirklich mit dem Kopf durch die Wand. und sie walzt auch alles nieder, was so im Wege steht. Sie ist sehr, sehr bewegungsfreudig, verspielt, sehr lebhaft, ist auch verträglich mit Artgenossen. Ist auch verträglich mit Artgenossen, aber auch da sehr grobmotorisch und rempelig. Also es müssen schon, ja, so, ich sag mal, standfeste Artgenossen sein. Sie rennt sie halt wirklich über den Haufen. Sie zieht an der Leine ganz schön, ne? Ja, sie ist ein richtiger Leinsteuer und man braucht auch als Mensch wirklich Kraft, sie zu halten. Das heißt, wichtig, dringend an der Grunderziehung arbeiten. Also Leute mit Hundeerfahrung, heftige Leute, die auch Lust haben, mit ihr zu arbeiten. Sie ist wirklich eine liebenswerte Maus, sie verträgt sich auch mit Kindern, aber auch diese müssen standhaft sein. Auf jeden Fall standhaft sein. Nach einer gewissen Eingewöhnung kann sie auch ein paar Stunden auch alleine bleiben. Kann sie, sie ist auch autofest, allerdings jagt sie und sie streunt. Also auch Kleintiere sollten nicht im Haushalt sein, auch keine Katzen, also da wird sie hinterher gehen. Sie war ja ursprünglich sehr übergewichtig, man hat ja hier schon mit ihr stramme Diät gemacht, die hat ja schon einige Kilos runter, ein bisschen kann sie noch, ne? Ein bisschen Russe, aber langsam muss das natürlich, es geht ja auch aufs Herz-Kreislauf-System, deswegen langsam abnehmen und dann schön Idealgewicht bekommen. Die Luna, Luna guckt schon, wo ist die Mutti, damit ist gemeint die Tierpflegerin, die hat sie nämlich ganz doll lieb. Weitere Infos zu Luna gibt's direkt bei uns im Tierheim. Dampframme! Ja, es ist echt eine Dampframme, du. Mal, ne Mal. Luna, komm mal her! So, bei Silke auf dem Schoß sitzt die Gina. Die Gina wurde im April 2008 geboren, ist ein Dackel-Pinscher-Mix und ganz auf die Silke fixiert. Silke, warum ist sie so auf dich fixiert? Naja, sie war lange Zeit bei uns im Stall, ne? Also, ja, da baut man auch ne Bindung auf. Ja, sie hat sich auch richtig lieb. Die Gina wurde im Januar diesen Jahres bei uns abgegeben, wegen Überforderung des Halters und auch aus persönlichen Gründen. Da musst du uns mal Informationen geben. Ja, also, ja, die Gina soll, ja, also laut ehemaliger Halterin alle drei Monate einen Anfall gehabt haben. Wir wissen nicht, wie schwer der gewesen sein soll. Also, es soll ja halt so gewesen sein, dass, wenn man mit ihr oder wenn man sie beruhigt hat, dass dann wieder alles gut war. Sie ist also nicht tierärztlich eingestellt gewesen. Sie zeigt sich aber hier im Tierheim total unauffällig, obwohl sie ja eigentlich hier ja Dauerstress ausgesetzt war. Also, das ist ja immer ne schwere Umstellung auch für die Hunde hier ins Tierheim. Und hier war kein Anfall in keinster Weise zu vermerken. Die Halterin hatte sie ja von klein auf, wie so ne kleine Einzelprinzessin. Ja, und das merkt man auch. Also, sie hat schon ne gewisse Grunderziehung. Sie will auch gefallen. Sie ist auch sehr anhänglich. Schmusig. Schmusig, genau. Vorhin bei dir. Ja, aber sie war halt schon, wie gesagt, so ein bisschen die Prinzessin und durfte halt sehr viel. War, denke ich, auch damit selber überfordert. Denn die Vorbesitzerin erzählt uns auch, dass Kinder gar nicht gehen. Also, die droht sie massiv an und die würde sie auch schnappen. Sie läuft am Fahrrad mit, spielt gerne mit Bällen. Ja, total gerne. Sie hat halt auch wirklich noch Hummel in dem Hintern, geht gerne spazieren. Andere Hunde findet sie doof? Ja, die ignoriert sie, geht denen eigentlich aus dem Weg. Die findet sie wirklich blöd. Und sie will halt wirklich so ihrem Menschen gefallen. Und ich denke, wenn man jetzt Leute findet, die halt ein bisschen Hundeerfahrung haben, die sie halt wirklich konsequent so durchs Leben führen, dann ist das ein ganz toller Hund. Sie kann auch fünf, sechs Stunden nach einer gewissen Eingewöhnungszeit alleine bleiben? Ja. Und also sonst ist sie halt wirklich, ja, wenn sie so der Vertrauen aufbaut zu ihrem Menschen, dann ist es wirklich eine süße Maus. Wir suchen also möglichst Hundeerfahrene Menschen, die an diesem süßen Dackel-Pinscher-Mix Gina gefallen finden. Und weitere Infos gibt es bei uns im Tierheim. Es folgt der Steph-Labrador-Mix Benji. Benji ist neun Jahre alt. Und der zuständige Tierpfleger sagte, das ist einfach nur ein toller Hund, gerade bezüglich Menschen. Und man sieht das an den folgenden Bildern. Das ist wirklich ein richtig, richtig toller, klitzekleiner Rentner. Ganz kleiner Rentner. Silke, was haben wir denn noch zu? Der ist ja nun seit einigen Wochen bei uns erst im Tierheim. Und du hast gesagt, das ist so ein klitzekleines Sorgenkind. Begründe es mal. Ja, der ehemalige Halter musste ihn leider abgeben aus gesundheitlichen Problemen. Benji hatte ein gutes Zuhause. Er ist ursprünglich mal von uns vermittelt worden. Leider ist Benji unverträglich mit Artgenossen. Mit allen Tieren. Und auch andere Tiere sollten nicht in der Wohnung sein. Also er ist wirklich zu Menschen nur toll, kann man nicht anders sagen. Ja, das sieht man ja auch in den Bildern. Aber er möchte halt der einzige Kissenprinz sein. Also ein absoluter Einzelhund. Er hat eine gute Grunderziehung, hat er ja tatsächlich. Man sieht das ja auch immer jetzt wieder anhand der Bilder. Ein bisschen Feinschliff könnte nicht schaden. Auch Teenager wären kein Problem. Wie gesagt, sie müssten standfest sein. Denn man darf sich nicht von seiner grauen Schnauze blenden lassen. Es ist jetzt kein Rentner, der nur mal so eben um den Block will. Nein, nein, Benji mag gerne lange Spaziergänge. Und er ist auch doch sehr kräftig. Also wir brauchen da auch kräftige Leute, die ihn souverän an der Leine führen können. Er kann stundenweise auch alleine sein. Er ist auch autofest. Er ist auch autofest. Also er ist wirklich ein toller Begleiter. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, wenn der neue Besitzerhaus mit Garten hat, dann sollte der Zaun etwas höher sein. Denn wir denken schon, dass Benji auch noch über kleinere Zäune rüber gehen könnte. Ja, und er ist ja auch kräftig. Er hat ja auch ganz schön Power noch. Also von der Seite, es sollte kein Rentner sein. Und wenn dann sehr standhafter, kräftiger Rentner, ist der nicht niedlich und zeigt der sich nicht von seiner besten Seite. Und du warst so klasse, Benji. Du hast ja schon einige bekommen. Leckerli. Dann wollen wir noch den tierischen Gruß zum Monat loswerden. Und der geht an unsere Fans bei YouTube. Und es sind inzwischen haben über 500.000 unsere Filme gesehen in den letzten zweieinhalb, knapp drei Jahren. Und das ist ja ganz ordentlich. Jeder Hannoveraner hat im Grunde einmal TierheimTV in den letzten Jahren gesehen. Ja, zu Benji haben wir alles gesagt. Infos zu Benji, der kriegt jetzt noch mal ein Leckerli. Und die gibt es bei uns im Tierheim. Es folgt Foxy. Foxy ist ein Foxterrier. Ist etwas über zwölf Jahre alt und seit Januar bei uns im Tierheim, weil der vorige Halter keine Haltungsmöglichkeiten mehr hatte, was immer das auch heißen mag. Ja, Silke, was haben wir denn zu diesem hübschen, fidelen Hund zu sagen? Ja, Foxy ist eine fröhliche Tiefe. Man merkt das auch und er ist eine wirkliche Hüpf-Dole. Er hüpft immer, ne? Ja, kleiner Flummi. So ein richtiger Flummi. Immer gut gelaunt und will immer Action haben. Also auch hier nicht denken, zwölf Jahre, kleine Schnarch-Tablette. Nein, ist er nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Er ist wirklich, also er möchte noch was erleben. Er geht gerne lange spazieren. Ist auch mit anderen Hunden verträglich. Genau, die kennt er, er kennt auch andere Tiere und er ist offen zu Menschen. Kleines Aber gibt es da noch, er ist nicht gern alleine. Fängt dann auch an zu bellen. Ja, das ist halt wirklich das Einzige, das kennt er nicht. Er war halt immer bei seinem Vorbesitzer mit dabei. Und er ist halt doch sehr bellfreudig. Aber ansonsten, wirklich, also der bringt wirklich gute Laune ins Haus. Ein kleiner, sympathischer Scheißer bist du. Das ist ein süßer, ja, du bist mein Ding, gebe ich zu. Foxy, ja, jetzt geht der Foxy auch in die Tüte rein und bedient sich selber. Weitere, ha ha ha, ha ha, ha ha, weitere Infos. Weitere Infos gibt es direkt bei uns unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Oh, du bist ein süßer, ja, du kriegst ja noch von mir was. Du bist ein süßer, du bist ein süßer, ein ganz süßer. Der Blacky ist seit dem 28.01. bei uns im Tierheim, leidet aber, wie man jetzt gleich sehen wird, unendlich bei uns im Tierheim. Ein Entelbucher Terrier-Mix, knapp siebeneinhalb Jahre ist er alt und kommt von einer älteren Dame und hat bisher noch gar nichts gelernt. Und wie gesagt, er leidet unendlich. Warum leidet er so? Ja, das ist, also das sieht man ihm wirklich an. Also er ist wirklich wie so ein Seelchen, könnte man sagen. Er kommt, wie gesagt, von dieser älteren Dame und ja, die hat natürlich das Beste gemeint, aber... Hat ihn nur gefüttert, man sieht es ja. Ja, genau, hat ihn halt nur gefüttert und ja, er kennt eigentlich so gut wie gar nichts. Er war vielleicht mal kurz um den Block draußen und das war's. Also er hat wirklich in seinen sieben Jahren nichts kennengelernt und ist natürlich hier völlig überfordert mit den neuen Eindrücken, mit dem Stress im Tierheim und versteht natürlich die Welt nicht mehr. Er ist dennoch mit Hunden, grundsätzlich Rüden, Hündinnen gut verträglich. Ja, er sitzt ja auch mit anderen Rüden zusammen, das ist überhaupt kein Problem. Er geht auch gerne spazieren, wenn auch nur kleine Rüden. Keine Wege. Denn ja, er muss ja doch noch ein bisschen abnehmen. Das muss man natürlich langsam machen und ein bisschen den Muskelaufbau vorantreiben. Kann leider nicht alleine bleiben, bäht dann auch wie irre. Ja, sehr bällfreudig, das ist er. Und durch seine Unsicherheit oder halt, weil er auch vielleicht das eine oder andere nicht will, würde er dann auch schnappen. Also wir brauchen hier wirklich hundeerfahrene Leute. Keine Kinder? Keine Kinder. Leute, die ihm Sicherheit geben, die ihm erstmal Vertrauen aufbauen, ihm Sicherheit geben, ihm dann ja jetzt eigentlich erstmal die Welt zeigen und dann kann man, muss man halt natürlich sehen, dass man ihm auch noch Grenzen aufzeigt. Und ich glaube, wenn er auftaucht, ist er sehr anhänglich und schmusig. Mit dir ging das ja ganz schnell, obwohl er dich ja auch kannte. Dann ist er auch wirklich sehr, sehr verschmust. Ja, also er braucht halt wirklich eine Vertrauensperson und dann schließt er sich auch wirklich eng an. Der Blacky, wir würden uns natürlich freuen, weil er wirklich bei uns unsagbar leidet, wenn er möglichst schnell vermittelt werden könnte. Apropos Vermittlung, aufgrund der Hundevermittlung vom Vormonat wurde mein ganz persönlicher Liebling, der Spicy Jagdterrier-Mix, nicht vermittelt. Ein Mix. Echte Jagdterrier-Hündin, apropos Liebling. Und der selbstbewusste Nudels, der ist auch noch zu haben. Ja, ich sage, mein Liebling vom Vormonat und weiß nicht mal. Naja, okay. Weitere Informationen zu Blacky gibt es bei uns im Tierheim und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn Blacky schnell vermittelt wird. Und schon sind wir beim letzten Hund angelangt und zwar ist das die Susi. Die Susi ist 2005 geboren und ist ein Cavalier King Charles Spaniel. Jetzt habe ich es auch rausgekriegt. Die ist seit Anfang Dezember bei uns im Tierheim und kommt von rumänischen Obdachlosen. Und weitere Informationen kommen von meiner bezaubernden Silke. Ja, und ansonsten kann man über Susi eigentlich nur sagen, dass sie wirklich bezaubernd ist. Ja, sie ist wirklich sehr lieb, sehr offen. Sie geht auf jeden zu, geht auch mit jedem mit. Und eigentlich liebt sie Mensch und Maus. So ein bisschen Grundgehorsam hat sie, so ein ganz, ganz bisschen. Ja, also sie kann Sitz, sie kann schön sein und sie kann lieb sein. Ich sage ja, ein ganz bisschen hat sie schon. Mit allen verträglich, was haben wir noch, sie ist mit Artgenossen auch gut verträglich. Ja, also sie wäre auch geeignet als Zweithund. Sie ist eigentlich so ein typischer Mitläuferhund. Also sie braucht nicht unbedingt einen zweiten Hund, aber wenn er da ist, ist ihr das auch recht. So rassebedingt ist die Ohrenpflege. Man sieht das ja ganz wichtig. Du brauchst auch Ohrenpflege. Ja, genau. Also sie hatte ja auch Probleme mit den Ohren und das wird wahrscheinlich, ja, da muss man einfach am Ball bleiben. Ein bisschen Hüftprobleme altersbedingt hat sie auch schon. Ja, und so manchmal fällt es ihr schwer, die Treppe hochzukommen. Und wir würden den neuen Halter dringend raten, sie noch kastrieren zu lassen. Wir gehen mal stark davon aus, dass sie jährlich Welpen hatte und das soll sie nicht mehr. Das braucht sie jetzt nicht mehr. Und sie ist so leicht bestechlich und das hat ihr so gut geschmeckt und deshalb kriegst sie jetzt auch noch was Leckeres von uns. Ja, das war die Susi, die letzte Hündin, die wir euch diesen Monat ans Herz gelegt haben. Wir würden uns natürlich freuen, wenn möglichst alle vermittelt werden würden. Noch den Hinweis für die Zuschauer, die uns auf H1 sehen. Am 15.03. von 20 Uhr bis 20.30 Uhr läuft die nächste Kochsendung TierheimTV kocht vegan. Und am Freitag, den 22.03. von 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr könnt ihr die nächste Hunde- und Katzenvermittlung auf H1 sehen. Auf YouTube seht ihr natürlich alles zu jeder Zeit. So, das war's. Wir verabschieden uns. Meine herzallerliebste Silke fährt übermorgen in Urlaub nach Spanien und freut sich darauf. Auf 20 Grad. Bei 20 Grad und hier nicht im Schnee treiben. Bis nächsten Monat. Tschüss. Tschüss. Tschüss.